Herzlich willkommen beim Techtel-Mechtel, dem Schweizer-Techn-Pod... Herzlich willkommen beim Techtel-Mechtel, dem Techtel-Mechtel-Podcast von Digitech. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Techtel-Mechtel-Podcast mit mir, Philipp Brueck und Tomagoj Belancic. Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wenn ihr das hört. Genau, und vor allem wohnen zu hören, weil auf nicht ins Meer, von Köln, und zwar direkt vom Rhein, Domi sieht es vielleicht sogar, wenn er sich aus dem Wort und sprichwörtlich aus dem Fenster lernt. Ich habe Aussicht, ja, ich sehe den Rhein von hier aus wunderschön. Das ist dekadent. Ich kann einfach in unser Wohnzimmer schauen, weil genau wir sind in Köln, wir sind an der Gamescom gewesen, wir sind jetzt direkt von dort gekommen und haben einen langen Tag hinter uns. Zwei lange Tage. Zwei lange Tage, darum, genau, wir entschuldigen uns schon mal profilaktisch, falls wir Blödsinn labern. Falls wir mehr Blödsinn labern, als sonst. Genau, darum gibt es diese Folge, diese Woche auch eine Special-Folge über die Gamescom, über die grösste Game-Mass von der Welt aus Köln. Und wir kommen dann nächste Woche, gestern, der Big Screen wieder und der reguläre Spiel-Ecke und News und alles. Und darum, diese Woche gibt es vor allem Games und genau von denen hat es einige gegeben. Und ja, Gamescom, wie gesagt, in Köln, ich bin jetzt, glaube ich, wenn ich richtig zähle, zum zwölften Mal gewesen. Du, Domi, wirst du zum zweiten Mal gewesen. Zum zweiten Mal? Wie viele Gamescoms hat es bis jetzt gegeben? Ich glaube, ungefähr vierzehn Mal gewesen. Ah, krass. Also ich weiss einfach, wo wir vor eben vierzehn Jahren, weil es ja zweimal ausgefallen hat wegen Corona. Stimmt. Es war relativ frisch in Köln, damals war es ja noch in Leipzig. Aber nur ein Jahr in Leipzig und dann schon auf Köln. Das weiss ich einfach nicht mal mehr. Es kann sein, es hat sich einfach Gamescomvention geheißen. Und wir waren eine der ersten Jahre dort, darum, ich weiss es nicht mehr genau. Aber ja, es hat sich einiges getan. Ich muss mich noch erinnern, es war recht viel gemütlicher gewesen beim ersten Mal, wo wir waren. Es hat auch schon diesen Medietag gegeben, wenn ihr es nicht wisst. Die Gamescom geht eigentlich drei Tage. Jetzt ist es Donnerstag, Freitag, Samstag. Manchmal ist es bis Sonntag gegangen. Und dann den Tag vorher, den kamen nur Medien, also Content Creators, Fachpresse, Fachleute und so. Und sonstige Fachbesucher, oder? Branchen, Leute, einfach Business-Leute. Da könnte man meinen, das wäre überschaubar. Aber es ist schon... Das bedeutet Zehntausende von Leuten. Ja, also gestern war es wirklich schon voll, ja. Aber teilweise waren ja auch Kinder am Umrennen gewesen. Was sind das für Fachbesucher gewesen? Schon spannend. Das sind die grössten Experten, das weiss man. Wie hast du das gefunden? Hey, mega cool. Ich bin aber auch froh, muss ich jetzt an den öffentlichen Tagen nicht länger da sein. Weil es ist wirklich sehr, sehr ermüdend. Einfach die Lautstärke und die Leute, die es gibt. Und das Anstehen, das ist recht krass viel Eindrück. Von daher bin ich froh gewesen, dass wir in den öffentlichen Hallen jetzt zum Beispiel am Mittwoch abhandeln konnten. Und dort schon noch haben wir es für einige Games anstehen. Aber es ist jetzt noch gegangen. Und ich glaube es, wenn ich öffentlich einen Tag gehen würde, dann würde mir einen Tag länger. Ich glaube auch. Obwohl du dann nicht viel wirst gesehen, du wirst dich wahrscheinlich entscheiden für drei oder vier Games. Fünf höchstens, oder? Wenn es gut kommt. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, gell? Die Leute stehen wirklich stundenlang an, sodass sie im schlimmsten Fall nur einen Trailer sehen. Ja, 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 ja. Das weiss auch nicht, oder? Wie geil die Demo ist. Wir haben Demos gespielt, gestern die Ente ist 45 Minuten lang gegangen. Das ist super geil. Dann lohnt es sich dann irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden anzustehen. Aber dann sind auch Demos, die irgendwie zehn Minuten lang gehen und dann ist es schon fertig. Oder je nachdem nur eine Hands-off Präsentation, ein kurzer Trailer. Und dann musst du wieder raus. Ja, weil die Booths, die Booths, die Stände, die sie haben, die sind total geschlossen. Und du siehst den Fossen gar nicht, was denen dich erwartet. Manchmal siehst du, es ist offen, dann siehst du die Leute, sie zocken, dann weisst du, was kommt. Und du willst auch nicht, wie viele Gaming-Stationen das hat. Es hat wirklich neue Games, die nur vier Stationen hatten, und du musst sehr lange warten. Und dann andere Booths, die mit zehn, zwanzig Stationen ausgestattet sind, zum gleichen Game, was dann viel schneller vorwärts ist gegangen. Und noch ein Gamble, je nachdem, wo du anstehst. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Auch wenn es mega voll war, aber ich bin wie du. Also die öffentlichen Tage, das wird einfach schnell anstrengend. Es ist überall ein Gedränge und so. Und die Luft, das ist teilweise so, wie sie sagen. Du kannst einfach nur Atmen dort drin. Das stimmt. Genau. Aber ja, wir waren ja dort, um die Games anschauen, und das haben wir gemacht. Und zwar exzessiv. Also ich weiß nicht, zusammen haben wir verdammt viel. Es gibt es gar nicht zu, aber es ist ein abartiges Gefühl. Wirklich viel. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Und ich hätte immer noch viel, viel mehr anschauen können. Aber genau. Wir haben uns unsere Highlights, die wichtigsten, rausgezogen. Wir schreiben dann auch für die Seite noch einen Highlight-Artikel in ein zusammengedampft, das ist wieder zu gross. Da haben wir einen ungefilterten Eindruck von uns, wo wir ein bisschen mehr Games drin haben. Und ja, wir fangen vielleicht auch gerade ein bisschen chronologisch an. Wir sind als erstes zu Microsoft gegangen. Das hat auch mehrere Vorteile gehabt. Die hatten erstens den riesigsten, wirklich den grössten Stand. Wirklich mit Abstand der grösste, ja. Die Kante über die ganze Hallenbreite. Ja. Und 150 Anspielstationen oder so haben sie kaum auf dem Stand. Das ist wirklich riesig. Genau. Und der Vorteil bei denen ist eben, sie haben sehr, sehr viele Games dort, die ja dann trotzdem auf all den anderen Plattformen meistens auch kommen. Und dann kann man sehr viele in einer auf einen Schlag abdecken. Aber genau das Erste, was es uns gezeigt haben, obwohl ich eigentlich den Coach schon habe, das ist ja das, was wir sagen dürfen, von Starfield, für das Review, den ich dann hoffentlich zeitgerecht herbringe, haben sie uns ja die Präsentation gezeigt. Und ja, wir haben leider nicht selber spielen dürfen, aber sie haben das Intro, sozusagen den Anfang des Games gezeigt. Ich habe es schon gesehen. Was war so dein Eindruck? Es war nicht ein krasser Anfang des Spiels jetzt. Darum war ich ja auch erstaunt, dass sie sich entschieden, das zu sagen. Jetzt erwartet sie, dass sie etwas zu sagen, was eine weitere Story ist, wo du mehr Zeug siehst, was du machen kannst. Dann sah ich auch wirklich die erste Mission, die du machst in so einem Minenschacht. Und der Character Creator hat man gesehen, wie ausführlich das ist. Und es sah cool aus, es sah aus wie ein Bethesda-Spiel. So viel kann ich schon mal sagen. Und es macht definitiv Lust auf mehr. Es hat dann auch noch einen kurzen Zusammenschnitt gegeben, von Sachen, die man später sehen wird. Und ich habe wirklich Bock drauf. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Aber ich weiss noch nicht, was ich erwarten soll. Ob ich wirklich das neue, gigantische, riesige Spiel mit unendlichen Möglichkeiten erwarten soll. Oder halt einfach das Bethesda-Spiel im Weltall. So. Ja, ich habe eben... Ich finde auch der Anfang... Klar, ich habe ihn schon gekannt, aber ich habe ihn auch gefunden. Und sie haben ihn dann noch so ein bisschen geschnitten, oder? Ja, genau. Damit es ein bisschen schneller für sie geht. Genau. Ja, es war noch kein Eindruck. Es war natürlich dann auch noch mehr vom Gameplay. Sie haben dann schon ein bisschen mehr gezeigt. Zum Glück haben sie einen Supercut. Sie haben dann auch so einen Live-Action-Trailer für die Werbung gezeigt. Stimmt. Aber den Normal-Trailer, den sie gezeigt haben, den habe ich schon wieder gefunden. Ich finde, das Game macht sich recht gut in Trailers. Mega. Der Sound ist super geil. Der Sound ist super, ja. Visuell sieht es wirklich geil aus. Das Design von dieser Mischung, die mich sehr an die Alien-Filme erinnert. Wie haben sie es genannt? Sie haben ja einen Ausdruck für NASA-Punk. NASA-Punk, ja. Genau, das moderne, kleine, aber trotzdem irgendwie dreckige. Also so eine Technologie, die vielleicht uns gar nicht so fremd wäre, in welter um Technologie, aber in der fernen Zukunft und ein bisschen anders. Es ist eine coole Mischung zwischen Sci-Fi und dem, wie wir sie jetzt kennen. Von NASA zum Beispiel. Genau, das habe ich geil gefunden. Und auch die Action-Sequenzen, ich finde, die sind, vergleich zu dem, was man früher noch mal gesehen hat, finde ich, die sind so, die haben Tempo. Also die, ich kann mir vorstellen, dass das noch etwas hergibt. Und wie gesagt, aber eben, man konnte es jetzt eben nicht spielen und so und sie haben es ja, bei dem Trailer haben sie glaube ich, auch der Gamescom Opening Night live gezeigt. Wenn ihr das Video schaut, dann sehen ihr jetzt noch den Chef Kili, wenn er das gerade präsentiert, bevor der Flitzer kam, vermutlich. Bei dem Star viel Dings war es ja auch. Ja genau, also vor allem interessant für uns noch cool ist, der Phil Spencer ist noch persönlich vorbeichommen, der Chef von Xbox und der Todd Howard, der Chef von Bethesda. Der ist aber gar nicht Chef. Ich habe immer gedacht, der ist Chef von Bethesda, aber er ist nur Game Director. Aber Chef ist er tatsächlich nicht. Ja genau, das stimmt, das ist eigentlich blöd ausgedrückt. Er ist natürlich nicht der CEO. Genau. Ja, das stimmt, das habe ich eigentlich irgendwo... Du musst ihn im Text vielleicht noch korrigieren, so ist es eigentlich in der Richtung. Ich habe es korrigiert. Ah, perfekt. Aber er ist einfach so ein öffentlicher Bild von Bethesda. Ja genau, immer wenn es um Interviews geht, ist er auch vor der Front von Bethesda-Spielen entwickelt worden. Und beide sind dort gewesen, das habe ich echt cool gefunden. Ich wusste nicht, dass die dort werden sollen. Und dann hat es ja eine kleine Überraschung gegeben am Schluss. Genau. Es ist nämlich ein Fallout-Trailer gezeigt worden, und zwar kein Game, sondern eine Serie. Und zu dem hat man bis jetzt noch gar nichts gesehen. Man hat mal kurz einen Teasertrailer, oder? Er ist ihm auch veröffentlicht. Ganz kurz. Ich habe für genau eben, wenn ihr das Video schaut, ich suche da noch ein bisschen raus. Hände es vor einem Jahr, aber irgendwie hat man dann gesehen so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen spürst du mich? Also es ist mir einfach so ein bisschen... Eben, wo noch nicht mega viel aussieht. In der Produktion ist es bei Amazon, oder? Bei Amazon TV Studios, oder wie auch immer das die heissen. Und ich habe jetzt ein paar Setfotos gesehen, wo wir so ein bisschen Sorgen gemacht haben, wie die Kostüme so ein bisschen cheap haben ausgesehen und Requisiten. Aber es ist nicht immer bei Setfotos. Ich kann mich erinnern, bei Last of Us sind ja mega viel Setfotos geliegt und es hat alles so ein bisschen nicht so high budget ausgesehen. Aber der Trailer, den sie dort gezeigt haben, verdammt geil. Also wirklich, wenn Fallout gerne hast, das sieht wirklich cool aus. Und der Trailer ist eben nicht online verfügbar. Sie hat gesagt, aus irgendeinem Grund werden sie den nicht online stellen, sondern es wird zu einem späteren Zeitpunkt noch einen grösseren Trailer geben, der da irgendjemand rauskommt. Aber was man gesehen hat, man hat gesehen, wie die Welt untergeht, also wie die Atombomben einschlägt. Man hat Ghoul gesehen, also einer von den verstrahlten Leuten, die man aus Fallout kennt, das hat man gesehen. Was hat man sonst noch gesehen? Auch die typische Volt. Die Soldaten da, die... Stimmt, in diesen Mag-Suits, in den Robotersuits. Ich habe vergessen, wie sie heissen. Ja, aber die mit der ikonischen Maske, die man vor allem in den Covers sieht, die hat man gesehen. Und ja, die haben auch sehr authentisch ausgesehen. Man hat einfach genau die typischen Elemente gezeigt, die Fallout ausmachen. Ich glaube, der Trailer übrigens, den es gibt, vielleicht ist es ein Fan-Made-Trailer. Das kann auch sein. Das ist nur schwierig zu sagen, weil ich habe das Gefühl, ich habe die Sachen schon gesehen in Fallout-Games. Das kann, dass irgendjemand zusammengeschnitten hat. Aber auf jeden Fall, es hat ein mega high-budget und schon sehr polished, also wirklich sehr, sehr, sehr gut ausgesehen. Und ich freue mich mega darauf, 2024 soll es rauskommen. Das ist auch noch am Schluss gestanden. Genau. Wenn unklar, aber ich freue mich wirklich. Das könnte echt cool werden. Genau, ich habe es auch nicht gefunden. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, mich hat es so das, ich weiß nicht, das Brennzkind, aber mir ist es schon ein bisschen ausgefahren. Das Fallout- mit dem Fallout 4 habe ich ein bisschen enttäuschend gefunden. Ich habe es durchgespielt, es ist easy, die Enden sind für 50. Und es ist einfach ein bisschen zu samey gewesen. Irgendjens findest du, ja, ja, die schönen Figuren und die Männchen und die Perks mit den designts und immer so flapsigen Humoren. Irgendjens ist sie auch wieder gut. Und dann habe ich das Fallout 76, in dem ich wirklich dreist gefunden habe und dann noch die dummen Witze machen. Haha, unsere Games haben immer Boxen. Sie sind alle kaputt, ja, haha, lustig. Das finde ich dann irgendwie blöd. Aber jetzt, ich finde auch, der Trailer hat mir wieder Bock gemacht, so ein bisschen das, warum ich Fallout ursprünglich so unglaublich geil gefunden habe. Ja, das ist halt wirklich eine spezielle Atmosphäre, finde ich, wo die Games versprühen. Und das habe ich jetzt in diesen kurzen Sekunden, wie lange ist der Trailer gegangen, vielleicht eine Minute, hat es mega Fallout-Feeling schon. Es macht mich auch ein bisschen traurig, weil wahrscheinlich ein neues Fallout-Game werden wir irgendwie zehn Jahre lang noch nicht gesehen. Weil nach Starfield, wo ja jetzt rauskommt, ist ja Bethesda schon dran an The Elder Scrolls 6, wäre es, oder? Nach Skyrim. Wie es dann dann heisst, genau heisst, weiss man noch nicht, aber das wird wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren rauskommen und dann werden sie erst mit Fallout anfangen. Also mit einem Fallout-Game wird es noch ein Zeitpunkt gehen, aber auch immerhin haben wir die TV-Serie, wo uns so ein bisschen Zeit wird verkürzen, bis dann hoffentlich. Ja, dann ein Game, welches wir haben, können anzocken. und zwar, dort haben wir uns recht reingeschlichen, eigentlich ist die Messe schon zu gewesen und die Schlange ist eigentlich auch schon abgesperrt gewesen. Du bist aber noch dort gewesen, ich habe mich da auch noch reingeschlichen und zwar für Black Myth Wukong und das ist ganz krass gewesen. Also den Trailer haben wir schon gesehen und dort schon gefunden, alles wäre geil, zu mir anschauen, aber das hat so eine lange Schlange gehabt, die ganze Zeit. Und dann am Abend sind wir dann wirklich dort noch reingekommen und das ist es, es erinnert ein bisschen an Sekiro, also an ein From Software Game mit, man spielt so einen, wie sagt man, Anthropomorph, sagt man glaube, oder? Ja, so ein Aff. Genau, es ist ein Aff, wo man eigentlich ein ausgeweiner Mensch und unglaublich geile Grafik, also irgendwie ein mega schöner Stil, es spielt so in diesem historischen China, es wird auch in China entwickelt, also es ist chinesisches Game Studio, sehr kuriose Sachen schon, das ganze Setting mit diesen schönen Gebäuden und fantastischen Kreaturen und dann wirklich unglaublich detailliert und so und dann haben wir es spielen können und man hat einfach einfach Bosskämpfe fertig gespielt. Vier Bosskämpfe hat man auswählen, genau, 55 Minuten hat man gehabt, das ist eben die Demo, die wirklich viel, das ist mit Abstand die längste Demo gewesen, die wir gespielt haben, glaube ich. Genau, 45 Minuten Zeit, hat die Bosskämpfe frei wählen, die frei wählen, hat auch skipt und dann wieder neu anfangen und ich glaube, die sieht man in dem Video, wo ich da eingebändet habe, sieht man die meisten auch. Super Bossdesign, wirklich so ein so ein geiles Monsterdesign. Unglaublich, oder? Mhm. Das vier ja, diese japanischen Game, generell oder asiatischen, die haben so ausgefallenes Design an mich auch, also, und, ähm, mein Liebstes, es hat so einen riesen Tiger gehabt, wo, wo die Bosschina kam, in so eine, wie eine Riesenarena, oder so ein Tempel, so der Hintergrund, so der Tempel, genau, und der Boden ist irgendwie voll mit Blut gewesen, und, äh, der war schon ein Blut zu trinken und er hatte noch so ein blutiges, blutiges Mauer und blutiges Fähli ums Mauer, und der hat ihn dann angegriffen, und es ist wirklich so ein riesen Feich und so geil designt, mit dem Blut und alles, es ist wirklich eine uhrgeile Atmosphäre, unglaublich geil gewesen, es hat so einen Steigolem gehabt, der ist ein bisschen weniger aussergewöhnlich Design gewesen, den habe ich nicht gesehen, so weit bin ich nicht gekommen, dann hat es so einen, er hat so einen, wie so ein Kellerassel, hat die Hände ausgesehen, und, ähm, was ist es, der andere gewesen, ist doch nochmal, so ein, ist es nicht so ein Affenähnliches, weiss es, noch der andere, ist es nicht so ein Affenähnliches gewesen, irgendeines Tieres gewesen, wo, so ein Martial Arts, ähm, kämpft hat, ein bisschen ähnlich gekämpft hat, wie du selber, das kann ich nicht, der hat mich angeforzt, übrigens, ja, genau, ja, er hat mich angeforzt, er hat mich angeforzt, ja, es ist, es ist verreckt, es ist so, ähm, und es ist scheiße, wenn man stirbt, dann muss man wieder, ähm, beim Checkpoint anfangen, und ich weiss jetzt nicht genau, wie viele, so Dark Souls, Soulslike Elemente, ich glaube, seit du es offiziell, als Soulslike betitelt, entwickelt, aber weiss es jetzt nicht, wie es ist mit, verliert man Erfahrungspunkte und so, wir sind dann einfach beim Checkpoint gewesen, wo gerade wieder vorne, beim Boss gewesen ist, ein bisschen hat es mich schon gesagt, die Animation, wie du langs wieder hinschwebst, ist mir schon ein bisschen zu langsam gewesen, für, äh, wenn ich überlege, wenn ich so etwas ganz viel mal mache, ähm, dann, du kannst frei wählen, im Kampf, fliessend zwischen deinen drei Kampfstilen, gemeint, hopst er dann auch manchmal auf seinem Stecken rum, und macht Moves, äh, habe ich noch nicht so ganz durchschaut, wie ich die brauche, dann hast du noch, so Magieangriffe, den dann kannst du freischalten, die hast du dann auch, in diesen verschiedenen Bosskämpfern, unterschiedliche gehabt, das eine ist ein Feuerring, und nicht ganz geschnallt habe, beim einen verwandelst du dich, wie so ein Samurai, der dann so etwas trägisch ist, aber so ein bisschen, also in so einer grossen, mit Feuer, ja, das ist cool gewesen, ja, äh, verlangsamt, oder wie Stunnen, hat man es können, also wie so in, Zeitstoppen beim Gegner, genau, das habe ich auch recht oft gebraucht, und dann einfach wieder Leben auffüllen kannst, natürlich, und, ja, dann geht es auch darum, dass du die Animationen liessest, von den Gegner, und es war schon geil, man hat eben so ein Papier bekommen, wo du eigentlich, je nachdem wie viel Gegner geschafft hast, hat es dir nachher einen Stempel gegeben, und du hast dann eine Belohnung bekommen, am Schluss der Demo, genau, und ich habe, ich meine, der Tiger war der dritte, ich habe dann irgendwann, ich gehe, spring mal eins weiter, und der vierte, ist eben der Steigohlem, den ich nicht so schwierig gefunden, und dann habe ich dann tatsächlich durchgeschafft, und, ich habe wirklich gedacht, das Game hat mich super gepackt, und es ist so das Typische gewesen, wenn es nur noch so wenig Geld, Leben haben, dann bin ich richtig nervös, weil ich so, scheisse, jetzt darfst du es nicht verkacken, jetzt musst du ruhig bleiben, nochmal einiges ausweichen, und so, und, äh, geil gewesen, wirklich. Ich habe nur eine geschafft, ich habe nur eine geschafft, die Kellerrassel, die Kellerrassel in der ersten, ja, wahrscheinlich der dreifachste, mit Abstand, aber, habe ich aber eigentlich einiges gefunden. Es ist auch spät am Abend gewesen, es ist das letzte Game, das wir ausprobiert haben. Was mir noch insinn ist gekommen, es basiert ja auf, auf, auf der chinesischen Legende, Journey to the West, und Dragon Ball basiert ja auch auf demgleichen, also der San Goku, äh, also, sorry, für alle Dragon Ball Fans, wenn ich jetzt singe, der Scheiss erzähle, aber der, der hat ja auch einen Schwanz, oder, der Alfa-Schwanz. Es basiert auf demgleichen, und es ist so, das muss ich mich noch erinnern, 10.19 Uhr ursprünglich angekündigt worden, und dann habe ich auch darüber geredet, dass es eigentlich die gleiche Geschichte ist, und auf der gleichen Legenden basiert, wie Dragon Ball. Finde ich noch lustig. Also wirklich, das Design ist absolut geil, habe ich wirklich, ich habe mich voll reingezogen, ähm, super, äh, auch, eben, es steuert sich mega gut, und so, also, das steht ganz hoch in meiner Liste. Weisst du gerade, wenn es geplant ist, muss ich es 2024, oder? Ich glaube, sie hat kein, kein konkretes Releasedatum genannt. Black Myth Wukong, die müssen wir euch den Trailer anschauen. Ja, dann etwas, wo ich vor einem Jahr nur den Trailer gesehen habe, respektive nur ein Hands-Off, sind es vorgespielt, du hast es jetzt spielen können, aber bist, äh, äh, so ein bisschen, mittelinteressiert gewesen, glaube ich, nicht vor einem Jahr. So kann man so sagen. Und zwar von Hyenas. Hyenas, genau, ist ein Multiplay-Shooter, so ein Extraction-Shooter, ähm, ist so wie ein neues Genre, wo irgendwie gehypt wird, oder auch schon nicht mehr gehypt wird, irgendwie, vor einem Jahr, das nächste grosse Ding gewesen nach Battle Royale, habe ich gesagt. Extraction-Shooter ist so, also jetzt in dem Fall, es ist, äh, vier, dreuer Teams, so genau, nicht drei, vierer Teams, sondern vier, dreuer Teams, die auf einer riesigen Map gegeneinander spielen, und die Map ist so ein riesiges Raumschiff, wo du, äh, wo du reingeschossen wirst, und auf diesem Raumschiff musst du möglichst viel, äh, Schätze sammeln, und die Schätze werden bewacht, von, 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 also, von computergesteuerten Gegner, das heisst, du spielst gegen, gegen die, computergesteuerten Gegner, aber auch gegen echte Menschen, die in den anderen Teams spielen, die kommen nach immer in die Quere, wenn du, die Zeuge überfallen, und, und, und die Schätze klauen, und am Schluss ist das Ziel, von diesem Raumschiff wegzukommen, äh, darum Extraction Shooter, am Schluss wegzukommen, von dem mit möglichst viel Schätze, und der, der am meisten hat, den er gewonnen, ähm, das Prinzip grundsätzlich, und speziell an Hyenas ist, weil es halt im Weltraum spielt, hat es ab und zu so Abschnitte, auf dem Raumschiff, wo, in schwerer Losigkeit spielst, das heisst, du schwebst dann wirklich, durch, dreidimensional Raum, und scheisse stört, gegen Gegner, und das ist wirklich noch cool, äh, die Steuerung funktioniert auch mega gut, in, 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 in der schweren Losigkeit, und es ist spannend, weil du halt wirklich von allen Seiten, kannst du angegriffen werden, du weißt nie, ja, das ist geil, ob jemand unter dir ist, oberhalb von dir, hinten, links, rechts, vorn, und es ist wirklich recht stressig, und je nach, je nachdem, wie es dich blöd trifft, äh, kannst du von, von computergesteuerten Gegner überrascht werden, und von hinten noch, äh, geflankt werden, von, äh, von einem anderen Team, der irgendwie sieht, dass du involviert bist im Kampf mit den computergesteuerten Gegnern, so, die Situationen sind echt cool gewesen, abgesehen von den schweren Losigkeit, Passagen, hat es nichts gehabt, was man irgendwie vom Hocker gehauen hat, ja, grafisch, ist es irgendwie so, ja, es ist so Standardkost, es ist so leicht zählschadet, mhm, aber, es sieht nicht, nicht super geil aus, und eben, zu schiessen ist cool, es ist solide, aber jetzt auch nichts, was man sonst in anderen Shootern nicht gesehen hätte, außer eben die schweren Losigkeit, Abschnitte, aber auch nicht mega, also es ist nicht ein grosses Teil von der Map, wo so ist, es ist ein kleiner Abschnitt, ähm, darum, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, wie das wird rauskommen, ich habe, in einem Interview gelesen, oder nein, vor einer Investorenkonferenz von Sega, wo sie auch gesagt haben, sie haben Probleme mit dem Game, es sei challenging, haben sie gesagt, dass sie das entwickeln, und so zu designen, dass sie die Leute möglichst lange bei Stangen behalten können, und sie sind sich nicht sicher, wie sie wollen, voran gehen mit dem Titel, und es klingt so, als wären sie selber nicht ganz überzeugt von dem, entwickelt wird es aber, nicht von Sega, sondern von Creative Assembly, das finde ich lustig, diese ist bekannt für Strategiespiele, wie Total War, die haben aber auch, ähm, Alien Isolation gemacht, ähm, 2014 rauskam, glaube ich, das Singleplayer-Spiel, im Alien-Universum, was ja auch verdammt gut ist, oder? Die müssen sich aber eigentlich aufgesplittet haben, weil die haben uns ja gleich, die haben uns ja auch Total War Pharaoh gezeigt, genau, ich glaube, die haben wirklich zwei Teams, die haben jetzt wirklich nur eine Strategie machen, und die anderen, die wahrscheinlich so experimentieren können, und eben manchmal so, Sachen wie Alien Isolation machen, und jetzt Hyenas, wobei, das finde ich auch recht einen krassen Sprung von so einem Singleplayer-Spiel, so einem Multiplayer-Extraction-Shooter. Ja, ich finde, es hat interessante Ansätze, auch mit so diesen komischen, äh, Schaustoff-Bell-Wänden, die du kannst rausschiessen irgendwie, es hat so ein paar interessante Waffen, aber eben, für mich hat es dann noch nicht so Klick gemacht, ich würde sehr gerne mal so eine Beta spielen, und ich meinte, ich hätte mal irgendwo gelesen, die sagen jetzt langsam, so ein bisschen am Laufen, äh, ja, ich habe mir so ein Instagram-Video aufgenommen, wo wir unsere ersten Eindrücke haben, haben gesehen, zu dem Spiel, wo wir angespielt haben, dort habe ich gesagt, dass das Closed Beta schon läuft, aber die läuft erst ab 31.08. Okay. Und Release-Datum ist noch unklar, auch weil sie wahrscheinlich nicht wissen, wie genau, dass sie weiterfahren wollen mit dem Spiel. Mal schauen. Okay, ja, das ist heinös. Dann habe ich Path of Exile 2 gezogen, und ich bin gerade beim Anstehen, bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich finde, das Logo ist so suboptimal. Ich bin wirklich, eines steht und dann so, ist es wirklich ein 2? Das 2 geht unter, oder was? Es steht gar nicht 2, weil irgendwie das Path of Exile ist visuell viel heller, und so hervorgehoben, und ein 2 ist, sind einfach so, wie es so oft ist, sind einfach so 2 Strich 10, weisst du, so hinter dran. Ja, ja, ja. Das war ein bisschen schwierig, aber es ist es 2 gewesen, und ich habe, genau, ich habe Path of Exile auch gespielt, nicht mega viel, aber ich habe es, doch auch zeitlang recht geil gefunden, das ist so ein Diablo-mässiges Game, mit dem lässt sich es einfach vergleichen, ist aber vor allem so bekannt, weil es einfach so ein unglaublich krass grosser, Skilltree hat, der wirklich mega gross ist, und man kann den Spielstil sehr verändern, mit so einem Sockel, die du in die Waffe, glaube ich, hast du machen und so, sie haben sich jetzt gewisse Sachen umgestellt, und du hast in dieser Demo, ich glaube, 5 verschiedene Klasse spielen, die alle an unterschiedlichen Levels hatten, und dann habe ich noch eine Ebbe gefunden, so wie wir Level 2, irgendwo anfangen, Level 5, 7, 17, 45, ist dann der Druid gewesen, und ich habe, glaube ich, vier von denen gespielt, zuerst irgendwie eine Jägerin, dann habe ich, glaube ich, dann habe ich Krieger auch noch gespielt, Magier, und dann eben noch der Druid, hey, und ich muss einfach sagen, ich habe mich eigentlich recht gefreut, dann hat es aber einerseits, ich glaube, ich weiß nicht, das ist schon oft so bei den Demos da, oder es ist ein, es hat nicht unbedingt mega super optimiert, aber es ist sehr körnig gewesen, es ist so, als ob es mit einer niedrigen Auflösung gelaufen wird, das ist einfach ein bisschen enttäuschend gewesen, hat es nicht mega knackig ausgesehen, weil sonst die Videos, habe ich gefunden, dass es sehr geil ausgesehen, eben so, es ist so isometrische Ansehung, wie man seine Figur sieht, aber was mich gestört hat, oder, vielleicht ist es auch unfair, aber ich habe es recht schwierig gefunden, zum spielen, also weisst du, es erklärt dir am Anfang, deine Fähigkeiten, dass irgendwie die ist gut, für so ein bisschen Crowd Control, der andere ist stark, aber frisst mega viel Mana, und ich habe es ein bisschen viel gefunden, zum Managen gerade am Anfang, also weisst, es ist ja nicht wie beim Diablo, du kannst nicht so einfach, deine Sachen wieder auffüllen, du musst, du musst ständig Tränke reinhauen, und auch beim Mana, und, dann musst du die Skills recht gut einsetzen, das hat mich dann relativ schnell am X gehabt, und das ist so, vielleicht ist es nicht die ideale Demo, für so eine, für so eine Messe, ausser man kann es irgendeine Stunde lang gamen, ja, es hat mich nicht so recht gepäckert, vor allem die Jägerin, oder was es ist, nein, und den Magier, habe ich ein bisschen besser gefunden, aber auch wieder so ein bisschen schwierig, weil du musst die ganze Zeit das Shift drücken, du musst die Distanz angreifen, weil sobald der Shift vorgeht, also, also, sagen wir, vielleicht ist es einfach eher anspruchsvoll, und ich meine, das kann ja auch geil sein, das musst du mastern, wie gesagt, vielleicht nicht ideal für das, den Druid, hingegen habe ich recht geil gefunden, der höchst gelevelt, ja, wenn er auf den Standard angreift, wird er immer so ein Bär, der dann wie so rote Furchen in sich hat, weißt du, wo es so ein bisschen leuchtet, weil er halt irgendwie, keine Ahnung, weißt du, wie eine Lava in einem Inwerchst, der hat recht geil und böse ausgesehen, und dann kann sich noch so Wölfe um sich scharen, die auch noch angreifen, und sein zweiter Angriff, dann macht er wirklich so einen Stampfattacken am Boden, und das hat so geilen Umf gehabt, und dann der Boden hat es dann wie so ein bisschen verstöckelt, das hat recht geil, mit dem hat es irgendwie noch Bock gemacht, er hatte so kräftige Angriffe gehabt, aber eben, es hat mir recht anspruchsvoll gedüngt, und genau, aber ich glaube, es ist eben, das muss man irgendwie von Anfang an zu gamen, wie lange hast du dich spielen können? Ich glaube, ich habe etwa eine halbe Stunde, eine gute halbe Stunde noch nicht sicher gegamed, aber es gibt auch so Games, die schwierig sind, in eine Demo zu packen, die du an einer Convention spielst, das ist definitiv so, wie gesagt, Leute, die anderen mega viel gegamed haben, sind sicher schnell reinkommen, so kann ich mir vorstellen, aber ich bin, ich hatte so viele Hoffnungen darauf, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es sich nicht so geil angefühlt hat, aber vielleicht hast du es einfach an mir gelegen. Ja, dann etwas, was positiver sind, und ich in Vorfreude, du hast es nämlich gesehen, das ist ja eine Serie, die dir am Herzen liegt, und zwar Like a Dragon, und Gaiden, heisst das? Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name, mit ganzem Namen. Das ist wirklich der längste Spielname, den ich je gesehen habe. Ja, genau, das durfte ich anspielen. Das ist mittlerweile, je nachdem, wie man zählt, das 15. Spiel, der Serie, es gibt Spin-Offs, und Remakes, wenn du noch dazuzählst, sind es mehr. Aber es gibt auf jeden Fall viele Spiele, und es ist das 15. und es ist so wie ein Übergangsspiel zwischen Like a Dragon 7, welcher vor eineinhalb Jahren rauskam, und dem Like a Dragon 8, welcher dann im Januar 2024 ist rauskam. Und es ist so wie eine Zwischengeschichte, Gaiden auf japanisch, heisst es irgendwie so Nebengeschichte oder Nebstory. Das sieht man ja ab und zu in Games, oder dass sie Gaiden als Titel haben, am Schluss, und es ist so ein Spin-Off von der Nebstory. Und es erzählt die Geschichte von Kiryu Kazuma, die man kennt aus den ersten sechs Teilen, die nachher untertaucht ist, und dann hat man eigentlich nie mehr etwas von ihm gehört, und jetzt erfährt man, was er eigentlich gemacht hat. Im 17. einen neuen Protagonist gegeben. Und der ist jetzt, der Kazuma Kiryu ist mittlerweile nicht mehr Yakuza, er ist Geheimagent geworden, aus irgendeinem Grund. Und als Geheimagent hat er jetzt mega viele neue Gadgets zur Verfügung. Grundsätzlich ist Like a Dragon oder früche Yakuza, wie es geheißen hat, ein Open-World-Kampfspiel, wo du einfach so durch die japanische Grossstädte läufst und jeder verprügelt, der dich schräg anschaut. Um das geht es eigentlich. Und jetzt als Geheimagent hast du halt Raketenschuhe zum Beispiel. Oh, was? Raketenschuhe, die du aktivieren kannst. Und dann kannst du durch Gegner rassen und sie wegrammen. Und es geht wirklich absolut lächerlich aus. Aber das macht die Game so ein bisschen aus, das Lächerliche. Aber gleichzeitig erzählen sie dann eine sehr ernste Story, die ab und zu auch recht emotional wird. Es ist so mega weird, die Mischung, die es ausmacht. Der Kampf ist Echtzeit? Der ist Echtzeit, ja genau. Das ist ja auch noch etwas. In den alten Teilen war also Echtzeit. Im 7. Mai haben sie dann auf Runden basiert gewechselt. Also wirklich so ein traditionelles JRPG-System haben sie eingeführt. Und das hier als Zwischenstory ist jetzt wieder Echtzeit. Also so, wie man es von den alten Teilen kennt. Du hast auch Drohnen, die du rufen kannst. Du hast Bomben, die du schiessen kannst. Und so wie ein Seil, die du ausfahren kannst. Es sieht so ein bisschen Spider-Man-mäßig aus, wo du Feinden fesseln kannst und dann umher schiessen und wegschiessen. Das ist wirklich crazy, was für Gadgets du das hast. Und es macht sehr viel Spass. Und in der Demo bin ich irgendwie per Helikopter auf ein Schiff verschickt worden. Und auf dem Schiff war ein riesen Vergnügungspark für Erwachsene voller illegaler Aktivitäten. Casinos, Kabarett-Clubs mit schönen Frauen, ein riesen Kolosseum, wo du illegal prügeln kannst und wettet, dass du gewinnst. Also wirklich so viel in dieser Demo war in diesen 10-10 Minuten. Ich bin absolut überwältigend. Ich bin nicht überwältigend, das Spiel ist überwältigend. Ich bin überwältigend gewesen. Und ich freue mich verdammt drauf. Wirklich. Ich finde es mit Abstand die beste Demo, die ich dort gespielt habe. In so einem kleinen Raum und so viel Zeit hast du so viel Zeit zu machen können. Und falls ihr Lust habt, es mal auszuprobieren, es ist vielleicht kein schlechtes Game zum Einstiegen, weil es wird anscheinend im Vergleich zu den anderen Yakuza oder Like a Dragon Games ein bisschen kürzer werden. Okay. Das ist nicht so ein riesiges Spiel. Oder ihr könnt beim 7. einsteigen, das ist wie ein neuer Anfang mit einem neuen Protagonisten. Oder ganz Anfang und beim 0 einsteigen. Es fängt nicht bei 1 an, sondern bei 0. Natürlich. Aber es lohnt sich. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Und das kommt im November raus. Am 16. November, wenn ich das täusche. Ach, da bin ich... Ja, für das habe ich schon noch Bock. Ich bin gespannt, wie die Mischung ist. Wenn es die alten Talente zum Teil schon noch sehr viel grind oder einfach viel halt viel Zeugs musst du machen. Du musst viel Kämpfe machen und so. Manchmal ist es auch ein bisschen too much. Aber ich glaube, man muss sich halt auch ein bisschen drauf einlassen. Aber ich bin gespannt, wie die Mischung da wird sein. Genau, das ist Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name. Okay. Das würde man nicht merken. Dann habe ich auch ein recht schräg gesehen und zwar ich habe nie von dem gehört und das Einzige, was ich gesehen habe, es war im Indie-Bereich und es war eines von den Games, glaube ich, es war 18, dann siehst du nicht einmal auf dem Bildschirm und dann du siehst einfach nur das Posten sozusagen vordran und das ist einfach so ein Du hast gemerkt, es muss ein Horror-Game sein, wenn du siehst einen komischen Psycho-Killer-Clown so ein bisschen rot-schwarzer Stille hat mir noch gefallen und ich fand, komm jetzt in den Hocksta kann das in die Ecken zu diesem Gamer-Laptop er hatte nicht einmal eine Maus du hast mit einem Trackpad gespielt und Terror Terror of Oakheart hat das Game geheiss oder heisst das Game und es ist so ein Pixel Art Adventure Game würde ich jetzt mal sagen sehr ungewöhnlich ich habe es schon geil gefunden von The Sound es ist richtig so in den 80er Jahren Horror mit so Orgel so höhere Orgel ganz geil und du spielst irgendwie den Teddy am Anfang spielst du Teddy und er hat das schwarz weisse Clown Outfit und es ist ein 2D Pixel Adventure und dann kommt so der Dialog von dem das Auge siehst und dann sagt er irgendwie hey komm ich befreien und gib dich mehrheitlich hin und hör auf dich zu weigern es ist aber ohne Sprachausgabe ja genau wirklich nur Text und dann ist es am Anfang so ganz einfach Rätsel du gehst dann hin die Türe ist zu sie vernagelt und du gehst dann du läufst einfach etwas um und machst die Türe auf und du findest dann vier verschiedene Flammen wo bei der einen Türe kannst die Kerze einsetzen die Türe auf und hinten ist ein Sagi mit der kann das Holz weg sagen und den befreien und dann musst man einen Leichensack hin tun es ist einfach ein Fleischberg mit einem Auge und schmatzt dann der Leichensack rein es recht blutig und so und dann sagt er lange nicht ich brauche etwas frisches und dann wechselt und dann sieht so ein Bärli wie sie in den Fernsehen schaut und die Nachricht der Sendung gehört vom Teddy der Serienmörder dazugeschlagen und die Frau macht sich natürlich schon Sorgen dann stört sie sie geht nur duschen und du suchst einfach ihn und lebst rauf und er geht dann in den Keller runter und du weisst schon was das für überleben und du gehst dann runter das Licht geht aus der Antenne ist dort und versagt dich auch ziemlich blutig aber ist es lustig dass du die Opfer steuerst in diesem Fall und der stirbt einfach ich glaube den kannst du nicht retten weil es wechselt zu der Frau und die ist mit der gestorben aber dann ist game over das heisst mit er muss kommen ok lustig und dann wird es stressig irgendwie du läufst irgendeine polizei an und der teddy kommt wenn du einfach nichts machst und kannst dich verstecken im schrank und du musst dann der Mann hat vorhin seine knarre den Schlüssel natürlich noch so ein Pistolenköfer den schlüssel hat er mitgenommen im Keller und den musst du zuerst holen darfst dich aber nicht verwitschen vom teddy und so ich finde es ein recht geiles das konzept ist relativ simpel mit schleichen und zu finden aber ich glaube jetzt nicht dass es schwierige rätsel hat sondern so spannung aber mega geiles sound und sehr düster aber noch makabr ja genau sehr makabr aber mir der Stil recht gefallen also vor allem Teddy spielen oder die Opfer spielen später im Spiel ich weiss wirklich nicht ich habe die mir halb von der Zeit die Opfer länger gespielt ich fände es lustig wenn es immer wieder hin und her wird ich habe gesagt dass man das vermutlich macht so lange sind die Demo nicht gewesen Terror at Oakheart muss ich mal ausprobieren genau man kann eine Demo spielen sehr cool das war recht cool dann was haben wir das nächste auf der Liste ich habe genau das haben wir zusammen gespielt den ganzen Namen ist mir entfallen Quadroids ah genau The Mind Twisting Quadroids das war eines unannounced Games wo man einfach den Termin eingetragen hat und darauf hofft dass einem auch etwas Gutes gezeigt wird zumindest für mich ist es erfüllt es war mega cool es eine crazy Spiel Idee und von einem Solo developer krass ein Franzose das einzige was er nicht gemacht hat ist die Musik aber es ist alles sauber gemacht wie soll man das beschreiben es ist wie der Bildschirm ist vier geteilt und du hast kleine Figuren die von allein laufen wie Lemmings wie Lemmings genau kann man sich vorstellen und du steuerst diese Figuren und du musst eigentlich alle Figuren auf allen Screens gleichzeitig steuern also sie laufen selber und es hat pro Screen ein Button drücken zum Hüpfen genau das ist die einzige Interaktion die es gibt eher Demo die wir gespielt haben genau das kann sein im Screen oben links ist es die linke hintere Taste genau die ist aber angeschrieben du weisst es vorher aber deine Figur läuft du weisst nicht wenn sie aus dem Bild läuft und die andere Screen damit sie laufen genau du musst immer mega schnell umdenken und du hast im Kopf okay jetzt muss ich mit der Figur mit dem Button springen und dann plötzlich ist sie im Screen unten rechts und dann vergissst du den Button wechseln zum springen und das ist wirklich so mega mindfuck und am Anfang ist es einfach du machst die typischen Walljumps drückst 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 dann wechselt sein Screen und dann musst du aber eine andere Tasche drücken zum weitergumpen am Anfang ist es relativ simpel weil auch nicht viel passieren weil ich glaube gar nicht sterben später im Erländler kommen dann Spikes dazu wenn du in die gumpst dann bleibt deine Figur einfach dort hängen das hat aber auch einen Vorteil weil dann ist sie gepolstert und dann kannst du wieder eine andere Figur auf sie gumpen Spikes und es gab keine Möglichkeit um über den Boden zu gehen und dann mussten ich so viele Figuren extra dort hinschicken zum sterben dass die anderen Figuren über sie laufen und weiterkommen das ist aber echt makaber eigentlich ja das ist und genau dann eine von den verreckteren Levels die du gesagt hast nicht so viele haben die fertig gearbeitet ja genau die war echt noch strahl ich habe es doch vorher noch gesagt das kommt garantiert irgend so etwas wo du nämlich musst hast du mehrere Figuren und du musst es gleichzeitig machen das ist fast klar und es fängt an du tust die eine die hoch musst irgendein spikes ausweichen und dann kommt irgendein so ein Viech der sie frisst und solange sie eine Figur gefressen hat ist sie kurz gesättigt das heisst du kannst mit einer anderen Figur drüber kumpen aber das seit Fenster schur klein genau du musst schon das die andere kann weiter dann geht es aber weiter dann musst du an einem anderen Ort hat es wie ein säurebad wo du nicht durch kumpen das heisst du musst auch einen opfern aber du parkierst die eine Figur in dem Screen bis die andere auch dort ist aber sobald die zweite auch ist drückst die gleiche Taste und beide springen gleichzeitig wie wenn du auf die Taste drückst und die die andere wieder runter und dann fahrst du wieder von vorn an du hast die einen dort rein damit er auf den Kopf zu kommen ich finde das ein geiles konzept ich finde das konzept auch geil ich weiss aber nicht wie lange ich würde finden wenn ich über längere Zeit spiele ich glaube es würde mich recht aufregen aufregen wenn nicht ich weiss nicht ich ich verstehe verstehe weil der schwierigkeitsgrad ist noch machbar gewesen aber eben der letzte level ist schon also man hat 5 minuten gebraucht es aber es ist geil also das wie heißt schon komisch aber ich glaube er hat 24 Peilter glaube ich an the mind twisting quadroids und das kommt genau man kann es auch mit 2 bis 4 koop spielen aber er sagt es ist schon solo game konzipiert es einfacher müssen besser kommunizieren genau das ist wirklich eine gute überraschung dann du hast auch ein indie game visuell geil aussieht und zwar Pepper Grinder Pepper Grinder ja genau da konnte ich eine lange Demo spielen und ich habe gar keine Notizen gemacht zu dem Skandal aber ich kann mich noch erinnern was ich gesehen habe es ist ein zweite Jump and Run glaube man schon sagen mit Pixel Grafik und der Twist an dem Ganzen ist du hast eine Bohrmaschine oder so einen riesen Bohrer und mit dem Bohrer kannst dich durch Wände von Levels bohren beziehungsweise nicht durch alle Wände aber durch viele Wände durch Sandwände bohren und es ist ein Spiel das um das Momentum geht also wenn du am Bohren bist dann geht es immer vorwärts und du musst wenn nach Bohren bist musst immer schauen wo ich jetzt links rechts hoch und du kannst einen Boost geben und wenn du aus dem Sand raus hüpfst mit dem Bohrer kannst du schauen dass es in einem anderen Sandhaufen land ist und dort weiter bohrst und unterwegs bohrst noch ein paar Gegner weg bohrst ein paar Diamanten bohrst zum sammeln zum Geld sammeln und so bohrst die durch Levels darum sage ich überlege ob man Jump and Run sagen kann du bist nicht viel am laufen sondern vor allem am bohren bohr and run bohr and run ja genau wirklich und der developer der dort war der Entwickler gesagt kann dass es später auch andere Materialien geben zum Beispiel Eis das habe ich nicht spielen aber beim Eis wird es dann so sein dass wenn du durch Eis bohrst zerkehlt hinter dir wieder das heisst du hast noch viel mehr Stress gegen vorne zu gehen du kannst nicht gegen hinten gehen so snake mässig du kannst nicht dort durch gehen wo es zerkehlt weil sonst stirbst und es geht auch um das Momentum oder Führer gehen und der Stress muss entscheiden wo du das nächste gehst und das ist wirklich geil gemacht ich finde es gab Rätsel nicht nur ein Jump'n'Round Spiel sondern Rätsel Passage mit Schalter wo du durch das Zeug durchbohren und verschiedene Schalter aktiviert hast wo andere Schalter aktiviert oder deaktiviert bzw Schranken die rauf und rauf sind gegangen und du hast wirklich ein Konzept machen wo gehe ich durch in am Schluss die Schalter so stehen dass sie raus kommen und trial and error mässig aber nicht nervig sondern du machst es wie gern und es macht Spass anzubohren das ist mega wichtig sie haben sie lange gearbeitet sich befriedigend anfühlt zu bohren und die Rumble Funktion wenn du bohren bist auch so gut da und die Gegner die sind auch die Philosophie bei Super Mario 2D Games oder 3D Games so gibt du siehst einen Gegner und weisst wie instinktiv wie du besiegen es gibt zb solche Käfer die oben einen Panzer haben und die kannst nur besiegen wenn du durch Sand durchgehst und von unten besiegen und das Game erzählt dir viele Sachen durch visuelle cues ohne dass er explizit etwas erklärt beziehungsweise es hat kein Tutorial am Anfang es schmeisst dich einfach ins Spiel und du verstehst einfach was es von dir verlangt und das finde ich gut wie ein Spiel das kann cool Pepper Grinder weisst du gerade Releaser oder so ich weiss es nicht nein aber warte es lohnt sich nachzusehen weil es ist wirklich super aber ich glaube auch wieder alle Plattformen oder PC und Switch Pepper Grinder Game natürlich wenn man Pepper Grinder auf Google eingeht können wir natürlich Pfeffermüll rein nein 2023 steht Nintendo Switch und PC aber noch kein genaues Release vielleicht noch das ja ja gut ja schnell ist in Valaumis das Game welches ich noch gespielt habe ich würde sogar sagen sogar sicher noch ein bisschen frenetischer und das ist Mullet Mad Jack ich habe das gerade an der PC Gamershow hat man glaube den ersten Trailer gesehen jetzt der Sommer oder was ja genau ich glaube es ist ein spanisches Game ich habe mega viele gute Games aus Spanien gesehen lustig absolut hektisch das erste der Entwickler fragt bist du gut Ego Shooter und so und Probleme mit Epilepsie und dann findest du was erwartet mich da respektive ich habe es ja erwartet Mullet Mad Jack ist wirklich ein frenetischer First Person Retro Shooter im 90er Jahr Stil vermischt mit Anime es ist wirklich so ein überstimulierendes ultrablutiges Action Game wo du bist in so einer Welt wo du kämpfst dich einfach so so areal durch möglichst schnell und dann am Anfang irgendwie du kannst irgendwie einen Auftrag über alles so blablabla passiert da völlig übertrieben Anime Farben alles bunt und so haust irgendwelche komischen Roboter Punks runter und dann heisst du musst irgendeine Prinzessin oder so wird da gefangen oder sonst und du bist dann irgendwie am streamen und die Leute schauen dir zu und du siehst so die herzen und du hast nur immer 10 sekunden zeit und du wieder killen sonst wirst du down quote oder stirbst und das heisst du musst mega schnell du rasierst wirklich durch diesen Level durch und einfach bam headshot bam headshot türen aufknallen rein gingen dann fetzt einer an die wand kann vielleicht ein Samurai werden zack slash runter und der rasierst einfach durch diesen level also es geht um kombos nie aufhörst Leute zu killen genau es gibt keine pause das ist wirklich ein game der schwitze nach drei level aber die also du siehst am schluss immer dann die zeit und das ist 45 kunden oder minuten das ist wirklich mehr aber nicht aus und du kannst dann auch upgrades auswählen ich weiss nicht ganz wie es hat roguelite element aber ganz geiles design knallbunt klingt reduzierend aber sicher sehr bunt aber wirklich ein bestechender stil mit dieser mischung aus anime und 90er jahre ist es cel shader da es hat so ein bisschen pixellig aber eben mit dem vibe die 90er jahre genug am shooter und so hat es lustig aus ich versuche es zu erkennen genau mal Madjack kann man auch die Demo zocken wenn es mir recht ist lohnt sich auf jeden Fall das ist wirklich ja es hat ein ähnliches gegeben ich glaube Simon und ich haben im Podcast schon mal darüber gesprochen er hat auch gesagt das war eine inspiration war vielleicht der name nicht mehr dort hast so ein pochendes herz in der hand genau das gleich prinzip war hat hat kill machen so hat es hat Zeit gegeben das hat Zeit ja weiss genau wie es heisst Gut, ja, das ist eben Mullet and the Magic Jack. Wo sind wir denn da? Gut, dann das Nächste, ich kann nicht sagen, ich habe mir viel erhofft, nachdem ich den Trailer gesehen habe, aber ich finde das Comic sehr geil und ich finde die Figur sehr cool und dann, ja, dann hoffte ich schon gar, dass es etwas cooles wird. Der Hellboy Game, wie ist der genaue Titel? Hellboy Web of Word. Genau. Word, aber nicht schön wie Word, sondern W-Y-R-D. Ich weiß gar nicht, was es heisst. Ich wäre ja eigentlich auch gegangen an dem, aber ich hatte keine Zeit, weil ich noch eine andere gehabt habe. Stimmt. Und du bist dann stattdessen gegangen, aber ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht. Ja, ich kenne Hellboy nur von Filmen, von den Filmen, aber ich glaube, auch wenn ich Comics kennen würde, hätte ich es nicht besser gefunden. Also ja, ich habe es eher nicht so spannend, nicht so spektakulär gefunden. Mega schade, der Entwickler, der es vorgestellt hat und mit mir geredet hat, war sehr enthusiastisch. Und was ich muss sagen, ist aber die Grafik, also der grafische Stil ist super. Es sieht wirklich aus wie ein Comic-Heft und dort Animationen. So könnt ihr euch vorstellen, wie in den Spider-Man-Filmen von Sony, Across the Spider-Verse und Into the Spider-Verse. Einfach die zwei Filme. Der Hellboy selber und die Gegner sind so ein bisschen mit weniger Frames animiert. Also es hat so ein bisschen mehr Comic-Buchmässig ausgesehen. Aber die Kamera ist wie ganz smooth und es ist noch eine recht spannende Mischung und es sieht cool aus. Und eben Cell-Shaded ist das Ganze mit mega dicken Linien. Und dann finde ich, den Stil haben sie recht getroffen von den Comic-Büchern. Das finde ich auch, ja. Ich habe genau viele, also ich glaube Hellboy habe ich alle gelesen, die sind ja noch nicht überschaubar. Aber auch sonst vom, äh, wie heißt er jetzt schon wieder? Mike, 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 Mike. Mike Mignola, genau. Mike Mignola, habe ich sehr viel gelesen oder angeschaut. Und die finde ich verdammt geil. Und ich finde auch den Stil finde ich auch das Gute eingefangen. Aber ich glaube, es ist ja vor allem ein Action-Game und ich glaube, die scheitern jetzt vor allem, oder? Genau, es ist ein Roguelike-Brawler-Game. Ich glaube, so beschreiben sie es. Also du kämpfst dich in zufalls generierten Levels, Gegner-Horten durch. Und der Hellboy ist halt mega langsam. Es entspricht halt Schwahrvorlage. Oder es ist so ein riesen Panzer, oder? Wo sich durch die Dings langsam bewegt. Und so kleinere Gegner kannst du mit einem Schlag töten. Die geben dir dann so Ressourcen für Gesundheit und für ein Schild zum Aufladen. Und dann gibt es grössere Gegner, die du ein bisschen taktischer vorgehen musst. Aber ich finde, das ist wirklich mega langsam und träg. Vor allem, wir haben halt am Abend vorher Wukong gespielt, was halt ureschnell war und mega responsive Versteuerung. Und das ist wirklich extrem träg. Und die Kamera ist mega nah am Hellboy dran. Und teilweise habe ich gar nicht mehr gesehen, was los ist. Vor allem, wenn mir Gegner getroffen hat, ist die Kamera auch irgendwie besteckt zwischen mir und dem Boden. Und so mega desorientiert bin ich gewesen. Du hast Fernkampfangriff, den du kannst auswählen. Ich hatte so einen Grenade-Launcher, also einen Granatenwerfer, der noch recht lustig ist gewesen. Du hast Angriffe, den du kannst aufladen oder einfache Angriffe machen. Natürlich mit den Fäusten, du hast Gegner angreifen. Es ist so eine Wuchtigkeit drinnen, das schon. Aber es fühlt sich wirklich irgendwie so nicht genug responsive an, nicht genug schnell. Und es ist mir recht schnell verleidet. Und weil es ein Roguelike ist, kann ich mir auch vorstellen, dass du recht viel kämpfen musst, recht viel Repetition in den Levels haben und recht viel grinden musst. Darum ist es eher weniger etwas für mich. Was ich noch erwähne? Der Hellboy wird im Spiel von Lance Reddick gesprochen. Wo ja erst letztens verstorben ist. Und das finde ich auch noch cool. Die Stimme passt perfekt zum Hellboy-Binge. Das heisst ja auch mega gut drauf. Aber gameplaymässig hätte es mich wirklich nicht überzeugen können. Vielleicht bin ich auch die falsche Zielgruppe für das langsame, Panzermäßige Gameplay und Kämpfen. Aber leider nichts für mich. Und das kommt ja schon bald. Das kommt ja dieses Jahr, in den nächsten paar Monaten. Da haben wir gesagt, ab Oktober, November. Irgendwie so kommt es ja schon an. Oktober, genau. Oktober ist es rausgekommen, ja. Ja, da bin ich gespannt. Es ist ja gut nicht so, dass ich im Oktober viel Zeit hätte. Ja, da kommen genug andere Sachen raus. Das ist so. Ja, dann bin ich beim Umwandern über eine Überraschung von mich gestolpert. Und zwar Chicken Police. Dass es da ein neues Game gibt. Ich habe mir sicher auch diesen Podcast darüber erzählt. Und das ist so ein Film-Noir-Adventure-Game, wo du auch so anthropomorphische Tierwässer spielst. Also du bist ein Gückel. So der typische Film. Oh, du weißt ja, im Trinken. Ja, ja, ja. Da trifft er irgendwie seine Ex und haut sie ihm sicher als erstes Mal eins. Und wirklich schon, das erste habe ich mega gut gefunden. Er hat eine mega spannende Geschichte erzählt. Wo auch so gewisse Entscheidungen fällen konnte. Also es ist nicht immer gleich rausgekommen. Du hast auch so wie so ein Nebenquests noch gehabt. Also ja, wirklich so eine Detektivarbeit gemacht. Sehr geil. Und eben dann stolper ich wirklich einfach über das, dass es jetzt eine Fortsetzung gibt. Da muss man gar nicht schauen, wie eigentlich der Name ist. Aber du hast mich gar nicht gewusst, dass eine Fortsetzung wird. Nein, es hat irgendwie... Ja, ich meine, es ist halt ein bisschen das Indie-Game. Chicken Police, Into the Hive heisst es. Und es heisst Into the Hive, weil jetzt gibt es auch Insekten. Vorher hat es eben einfach Gückel gegeben und Katzen und Krokodile und so. Und Insekten sind aber auch anthropomorph, also vermenschlicht. Genau, und eben der Stil ist recht interessant. Das ist mir schon beim ersten Auffall. Du merkst, dass die... Oder es ist so... Du merkst, dass so echte Menschen gefilmt worden sind, die der Körper sind. Und auch die Köpfe sehen wie aus von echten Gückeln. Das hat mich einfach zusammengesetzt. Und ich habe das dem Entwickler gefragt und er hat gesagt, ja, ja, that's me. Das ist wirklich gut. Er ist der Chef Gückel, der Mardi heisst er, glaube ich. Und das ist jetzt der Mardi, sein Partner. Und er hat gesagt, im ersten Teil hat es nur eine, sage ich, ein Model gewesen. Weil eine ist so ein bisschen sexualisiert dargestellt worden. Und die ist ein Model gewesen. Alle anderen, sage ich, sind die Entwickler. Vom Team, gell? Ja, finde ich super cool. Und das haben sie einfach so zusammengesetzt. Es ist wirklich ein mega cooler Stil. Ein Novum ist, dass es jetzt farbig ist. Also du kannst jetzt wechseln zwischen schwarz-weiss und farb. Also Film Noir ist in dem Fall wortwörtlich, dass es schwarz-weiss gewesen ist, die die Bader Games besitzt. Und jetzt kannst du frei hin und her wechseln. Was ich gut und schlecht finde, weil ich dann wieder nie weiss, was ich spiele soll. Ja, ja, ja. Und farbig, ist es ganz normal farbig? Es wirkt immer noch, sie nennen es natürlich auch Technicolor. Okay, ja, aber es ist immer noch so alt. Ich tendiere, glaube ich, ein bisschen zum Farbigen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist dann doch abwechslungsreich. Und genau, es geht natürlich wieder um irgendwelche Mordfälle und so. Es ist wirklich cool. Also es sind nicht so schwierige Rätsel, weisst du hast eigentlich einen Screen, redest mit allen Leuten und kannst mit so ein paar Sachen interagieren. Aber zum, so wie ich es in Erinnerung habe, ist schon zum Lösen, hast du dann auch so Clues. Am Schluss hast du wie Sachen gelöst und hast so Clues zusammengesetzt. Da muss man schon ein bisschen, man muss ein bisschen mitdenken. Ja. Also es ist nicht so, dass man einfach ein bisschen überfliegen kann und dann kann man sich einfach einfach durchklicken. Das geht nicht. Muss man die beiden Games vorher gespielt hat, um das cool zu finden? Er hat gesagt, wir müssen nicht. Okay. Er hat gesagt, wir müssen nicht. Es hilft ihm natürlich, weil es knüpft, also es macht schon weiter. Ja. Aber du kannst es easy an so zu spielen. Cool. Hey, es hat wirklich eine super coole Geschichte gehabt. Und eben, es hat so eine... Mir gefällt der Stil mega und das, ja, da freue ich mich auch. Das werde ich mir sicher wieder geben. Chicken Police, eben, es herrscht halt im Fall auch overwhelmingly positive aus Steam. Super sensationelle Wertungen. Internet-Hive. Ah, ein interessantes Ding noch. Ich habe dich gefragt, eben dann, das ist doch so ein Game, typisch für die Furry-Community. Ah, ja, ja. So die, 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 es gibt ja auch oft mega viele, die scharf sind auf so, eben, plauschige Wesen, die auch immer in Games und Filmen überall. Das gibt es einfach. Und, äh, habe ich dann auch gefragt, ja, das ist doch sicher so ein Game, da gibt es ja auch Katzen und alles. Also, ja, sie hätten auch völlig damit gerechnet, dass sich das genau die Community anspricht. Überhaupt nicht. Aber nicht. Interessieren die keinen Scheiss. Lustig, ja, er hat jetzt auch gesagt, es würde Sinn machen. Ja, wissen nicht. Falls ihr bei dem Podcast Furrys zuhört, äh, schaut euch mal Chicken Police an und sagt, wieso das das nicht geil findet. Ja, wieso nicht? Wieso findet ihr das nicht geil? Es hat nicht einmal Hühner. Ah, sehr lustig. Ja, nein, da freue ich mich, da finde ich recht cool. Ja, so Zeug ist, Games kommen auch grossartig, weil irgendwie, ja, die Entwickler haben dann mega Freude, wenn irgendwie, ah, du kennst es und so. Das sind die coolsten Anspiel-Sessions, die ich hatte, ist immer, wo du mit den Entwicklern hättest können, das ist super cool. Ja, weil du dann auch spürst, wie enthusiastisch sie sind und wie cool dieses Game-Think, das sie da gemacht haben. Ja, und ich finde irgendwie, ich versuche es dann auch, wenn ich es wirklich cool finde, dann auch wirklich mitzugeben, weil, ja, ich weiss... Motiviert eh, verdammt, ja. Und das hast du gespielt, hat man auch schon einen Trailer gesehen, ich bin auch gespannt darauf, Under the Waves. Under the Waves, oh ja, 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 ja. Das ist ja eins von meinen ganz grossen Highlights nach Like a Dragon. Ähm, Under the Waves ist, äh, ja, das Psycho-Thriller-Drama unter dem Meer. Du spielst Tiefsee-Taucher, der Stan heisst er, und der hat irgendein traumatisches Erlebnis gehabt in letzter Zeit, irgendeinen Verlust von einem Menschen, der ihm sehr viel bedeutet hat. Und der hat sich entschieden, weg vor Zivilisation zu gehen, und der lebt jetzt in einer Unterwasserstation. Und, äh, untersucht dort die Tiefene vor Nordsee und muss halt mit mega wenig Leuten interagieren. Und er fühlt sich wohl dort, durch den Tag und Weise nichts mit den Leuten zu tun haben. Er hat nach dem traumatischen Erlebnis, wollte er einfach allein sein. Ähm, und die Geschichte des Game ist, dass einfach langsam so komische Sachen dir widerfahren. Und der Stan ist sich nachher mit der Zeit nicht sicher, ob diese Sachen jetzt echt passiert sind. Also er könnte er stimmen, sieht auf seinen Toche-Expeditionen, sieht er Sachen in der Ferne, die nicht dort sein sollten. Äh, irgendwelches Forschungsequipment findet er von, äh, von Leuten, die, aber, also es gibt keine anderen Leute dort unten. Wieso sollten andere Leute dort unten sein? Ähm, du bist immer verrückt und bist dir nicht sicher, was ist jetzt echt was nicht? Ähm, und, und das Gameplay, also das, was ich jetzt angespielt habe, ähm, an Gamescom ist halt so ein typisches, ist echt so ein Walking-Simulator, ist halt einfach unter Wasser. Also du machst nicht viel, du untersuchst einfach die Umgebung. Äh, du hast ein U-Boot, das du kannst bedienen, das finde ich echt cool. Ähm, und es geht darum, du nimmst Mission an, du hast Kontakt mit jemandem aus der Aussenwelt per Walkie-Talkie, oder was auch immer, nicht Walkie-Talkie wahrscheinlich unter Wasser, aber irgendeine Verbindung, genau. Wo dann er sagt, was, was musst du machen und willst du hinzugehen. Ah, das hast du in Verbindung, aber das ist 10. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel müssen, äh, 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 bei meiner Forschungsstation den Sauerstoff-Tanks zu untersuchen, wo ich eben das Gefühl hatte, dass ich zu wenig Sauerstoff habe, weil ich Halluzinationen habe. Äh, ich habe Container müssen gehen, wo sie von einem Schiff geholt sind, und dort ist dann auch schon, der Inhalt von den Containern ist mega komisch gewesen, was ich dort gefunden habe. Dann haben wir so gefragt, hey, okay, macht das Sinn, äh, oder nicht? Und es ist wirklich cool, es hat so eine mega bedrückende Atmosphäre, du bist ja wirklich alleine dort unten. Und es erinnert mich ein bisschen an Firewatch. Hast du das gespielt? Ah, ja, ja, da bin ich sensoren zu nehmen, ja. Jetzt habe ich ja eins von den genesten Games gefunden, äh, wo, 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 wo dann ist rausgekommen in diesem Jahr. Grossartig. So gut, und in Firewatch bist du aber auch mega isoliert von der, von, 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 von Mönschheit, und der Protagonist dort ist ja bewusst, äh, 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 weggegangen vor Zivilisation und hat eben auch als Firewatcher, ähm, als so eine Feuerüberwachungsstelle irgendwo in der Wildnis von den USA, ähm, ähm, hat er dort geschaffen und dann auch komische Sachen anfangen zu sehen. Und das ist mega ähnlich wie ich, und ich liebe so Sachen, so, so, so wirklich so narrativ fokussierte, ähm, Walking-Simulatoren, wo eigentlich nicht viel passiert, aber wo mega vor Geschichte leben und von den Dialogen, wo, wo du führst mit, jetzt einmal mit, mit der Person, wo du noch verbunden bist auf der Oberfläche. Ich freue mich sehr darauf, das kommt schon nächste Woche raus, äh, für alle Konsolen. Oh, ich habe doch keine Zeit, Mann. Ja, wirklich, nächste Woche ist wirklich kein guter Zeitpunkt, damit das rauskommen. Ganz meins, ganz meins. Ich muss auch Starfield spielen. Ja, gut, ähm, ich habe auch ein Spiel gespielt, wo man, äh, viel unterwegs ist, aber in einem Lastwagen, aber in einem Lastwagen im Weltraum. Oh ja, da bin ich gespannt. Und zwar Star Trucker. Und das war auch so ein sehr persönliches Demo, das ist cool, weißt du, mit einem Entwickler zusammen ein kleines Studio und so. Und das ist auch, es ist so ein, eben ein Lastwagen-Simulator, aber eben einer, der möchte so ein bisschen, möchte so ein bisschen die Mischung sein zwischen so Hardcore-Sim, weißt du, wie so Euro Truck Simulator und so ein bisschen mehr Casual. Ah, das habe ich nicht gewusst, okay, dass der Aussprache hat. Ja, genau, es ist jetzt nicht wirklich überhaupt nicht Hardcore-Sim und so. Aber recht cool, eben, du bist wirklich, du hast einen, es sieht aus in einem Lastwagen, hat aber einfach halt so ein bisschen Raketenantrieb und du schwebst mit dem durchs Weltall. Die Steuerung ist recht cool, weil es, äh, fällt gerade am Anfang auf, das Ganze hat im Weltall halt so ein Momentum, oder? Also du hast, wenn du mal beschleunigst und wieder bremsst und so, dann kommt so ein bisschen der Schwung mit und, äh, es hat visuell recht cool ausgesehen, es hat so einen, äh, so einen interessanten Stil, wo man mich so ein bisschen an Zwischensequenzen eigentlich von so 90er Jahre Games erinnert, wo die Games natürlich nie so ausgesehen haben. Mhm. Aber Zwischensequenzen sind mega geil ausgesehen, es hat ein bisschen so den Vibe, so ein bisschen, bisschen Retro-Optik. Und ist noch geil, du kannst, eben, du steuerst deinen Truck und kannst auch in dem rumschauen und so auch interagieren mit dem, oder? Du schaust an die Türe, damit du irgendwie, äh, den Anhänger abkuppeln kannst, oder du schaust auf den Mikrofon, dann kannst du auch mit den Leuten reden, weil es hat auch eine Kampagne und auch eine Story. Du kannst auch mit gewissen Leuten so ein bisschen funken, damit es auch so ein Leben hat. Und wir haben dann, gerade am Anfang, irgendeine Fracht irgendwo hingebracht und dann fährst du auf so einem Weltall-Highway. So geil. Und er hat dann auch gesagt, du kannst natürlich auch weg von dem Highway, aber du siehst, es hat so, äh, Schutte oder Kometen und so. Also es wird nicht gefährlich, wenn es weg von dem Highway ist. Ja, genau, du hast einfach die Ideen, wo sie es markieren, das ist einfach der sichere Weg. Ja, ja. Und du musst schauen, ob die anderen in die Crash ist und du kannst dann, wenn du Missionen machst, dann kannst du dein Fahrzeug Updaten, Upgraden, du kannst neue Missionen annehmen, weißt du, mit so gefährlicher Fracht oder schwerer Fracht, wo dann einfach schwieriger ist, zum Transportieren. Du kannst auch so verschiedene Router und alles wählen. Es hat wirklich so recht cool gewirkt. Und eben, du musst auch, dein Lastwagen ist so ein bisschen dein Baby, oder? Gerade am Anfang musst du dann etwas flicken, dann musst du, eben, dann machst du ihn irgendwie, äh, musst du ihn irgendwie parken, also ich weiss es gar nicht mehr. Aber du musst dann aufstehen und dann gehst du hinterher deinen Raumanzug holen, gehst du in die Dekompressionskamera, dann gehst du raus und dann kannst du den Lastwagen flicken, die Leaks dort. Manchmal musst du ihn, musst du ihn jetzt auch tanken und so, das weiss ich jetzt nicht mehr. Aber dann gehst du wieder rein und auch dort, ausser daran, schwebst du natürlich so viel Störung. Aber es ist noch geil, oder eben, das Interagieren, so ein bisschen manuell. Oder, weißt du, so das Zeug anklicken und anwählen, das ist irgendwie, hast du irgendwie etwas zum Interagieren, nicht einfach nur stur von A nach B fahren und, äh, es hat, eben, der Welthalp, finde ich immer, das ist auch so etwas, wenn es noch schwierig ist, dass du ihn spannend anbringst, es ist einfach irgendwie ein schwarzer Fleck mit ein paar. Ja, wie wirst du, grafischer Stil angemein, ist es so ein bisschen eher, geht es eine Comic-Grafik, ist es kein realistischer Anspruch, oder? Äh, so ein bisschen Mischung, also, es ist schon so ein bisschen, von, von, es ist schon eher, eine Art und ähnlicher Stil, wer das kennt. Also, ich habe es wirklich sehr cool gefunden, sehr liebevoll, und, und, eben, es ist noch gerne geil, dann eben sind wir mit dem Anhänger irgendwo hin, und dann ladest du die Fracht ab, und dann musst du an einem anderen Ort eine neue aufladen, für das musst du, ähm, mit deinem Karren rückwärts andocken, ich meine, das war noch recht schwierig, mit so einem schwebenden Teil irgendwie, und wenn du dann genug nahe bist, dann kannst du sozusagen deine Rückwärtskamera, dann hast du wie dort den magnetischen Andock-Ding, den siehst du auf der Kamera, die kannst du dir noch so ein bisschen fein justieren, und, ich habe es recht witzig gefunden, also, sie sind noch bei vielem, sind sie noch dran, eben, so Balancing und so, es kommt ja, glaube ich, erst nächstes Jahr, Anfangs nächstes Jahr Pilots an, aber es hat einen sehr coolen Eindruck gemacht, und auch so, eben, ich glaube, nicht zu kompliziert, aber auch so ein bisschen chillig, aber trotzdem, du hast so ein bisschen, weißt, Ziele und Upgrades und so, das finde ich eben, bei so einem Game-Amgangs noch wichtig, ich brauche das ein bisschen, wo... Dass du irgendwo auch scharren kannst. Solche Rollenspiel-Elemente. Ja. Star Trucker. Ey, wirklich cool, also, die Idee finde ich immer geil, wenn Games so zwei komplett unterschiedliche Sachen irgendwie verbinden und, äh, und aus dem so etwas rauskommt, oder wie kommt so etwas ein Truck-Simulator im Weltall, super. So gut. Ich finde es auch grossartig. Äh, ich glaube, das haben wir schon beim letzten, gell, dann haben wir nämlich noch zusammen eins gesehen, am Schluss, und zwar das Little Nightmares. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ganz viel essen. Little Nightmares. Das wurde ja angekündigt an der Opening Night Live, ähm, einer grossen, äh, Trailer-Show, die vor der Gamescom, um einen Abend vorher ist, äh, gelaufen. Little Nightmares 3, mittlerweile. Ähm, wer die ersten zwei Teile erkennt, sie sind eigentlich, ja, 2D-Horrorspiele. Du hast sie nicht gespielt, hast du gesagt. Nein. Ähm, es sind 2D-Horrorspiele, wo, ähm, ja, so Sidescrolling, also 2D, die Grafik ist in 3D, aber du bewegst sie halt einfach grössten Teils in zwei Dimensionen, manchmal gehst du noch etwas gegen die Hingere, aber grundsätzlich ist es ein Sidescroller-Game, und, äh, es ist so eine komische Mischung, also, Story könnt ihr nicht sagen, um was es geht. Ich glaube, sie haben auch nicht wirklich eine Story, sondern, du wirst in eine Welt geworfen, die einfach so, ähm, albtraummässig ist irgendwie. Ja, genau. Du kannst nicht wirklich definieren, wo du bist und was das ist. Und die Figuren, die du steuerst, sind so mega kleine, kleine Männchen oder Fräule, äh, die du durch eine Welt steuerst, die einfach viel zu gross aussehen für dich. Und auch die Gegner, die sie sehen, sind auch viel zu gross. Und in den ersten, in den zweiten, wirklich so absurde Monstrositäten, wirklich grusiges Zeug, wo du dich fragst, ist alles okay mit den Entwicklern? Ist alles gut bei euch? Ähm, und, ähm, jetzt haben wir, äh, am Pressetermin bei Bandai Namco, ähm, ähm, äh, recht ausführliche Game-Repräsentation gesehen, ähm, wo man ein neues Level aus dem 3 hat gesehen, äh, wo, ähm, der Gegner, den wir dort sahen, der immer wieder so ein wenig auftaucht hat, war so ein riesiges Baby, oh, what a creepy, so, der Sound, wenn das rumgestampft hat, manchmal kam es dann irgendwie, so durch die Wand durch die Box, und er wollte dich mit den Fingern fangen, und dann ist er wieder weg gestampft, und es hat so ein richtig gutes Polteren gehabt, die hatten natürlich eine geile Sound-Alene. Aber es lebt von dem, genau, es lebt natürlich von den Jumpscares, das hatte es auch immer wieder in der Gameplay-Demo-Präsentation, ähm, die, die, die Gegner, wo du, äh, musst du, äh, musst du, äh, du musst grösschenteils nicht gegen sie kämpfen, sondern einfach überleben, oder ihnen ausweichen, und wegrennen von ihnen, aber die würde dich immer wieder überraschen mit so Jumpscares, und es ist dann immer plötzlich eine mega laute, ähm, und von dem lebt so ein wenig die Horror-Atmosphäre, dass du nie weisst, ob jetzt irgendetwas kommt, wenn du vorne läufst, und einfach von dieser absurden, makabren Welt, in der du drin bist. Ähm, die ersten zwei Teile haben aber, haben mich nicht ganz überzeugt, weil ich mega viele Passagen drin hatte, die mega Trial and Derror waren, du hast zum Beispiel, du bist manchmal von Gegnern verfolgt worden, und hast einfach mega schnell rennen müssen, und du hast nie genau gewusst, wo du durch musst, was du machen musst, und dann bin ich immer so fünf Schritte weitergekommen, wieder von vorne angefangen, wieder fünf Schritte weitergekommen, wieder von vorne angefangen, und das hat mich dann recht an den Nerven mit der Zeit, mal schauen, ob sie das jetzt hier anders herbekommen. Grafisch auf Anfang, hat es sehr cool ausgesehen, ich fand. Mega, mega. Vor allem das Licht, die Beleuchtung, so ein Wüsten-Sand-Level, so ein bisschen in die Richtung. die dem Baby gehört, offenbar. Genau, so eine Ruinenstadt, wo niemand mehr lebt, und das Licht hat sehr geil ausgesehen, ich fand. Ein riesen Step-up im Vergleich zum letzten Game. Ich bin gespannt, wie das spielen. Ich habe eigentlich auch noch einen guten Eindruck gehabt, die Rätselsachen, man muss irgendwo ein Gewicht annehmen, damit die Türen aufgeht. Man spielt sie zu zweitens, man kann sie auch in Koop spielen, wenn man sie alleine spielt, ist es einfach eine AI, die die zweite Person spielt. und die sind schon so typisch Standard. Sie hat irgendeinen Schraubenschlüssel, wo sie dann mal irgendwie irgendwo an das Gerät annehmen kann, damit sie das drehen kann oder etwas aufhauen. Er hat, er sieht einfach aus, wie ein Typ, der Typ hat einen Feilbogen, wo er das Zeug abschliessen kann. Das waren so sehr Standard-Dings. Oh, also ich komme nicht weiter, okay, ich halte die Türen auf, du gehst rüber, du tust dir etwas runter. Ähm. Genau, das war schon ein Punkt, der bei den ersten zwei, mit der Zeit hat auch Nerven. Es sind wirklich immer so mühsame Schalter, oder Verschieberrätsel, und wirklich nichts, was du gefunden hast, das war jetzt super clever. Sondern immer so, ich weiss genau, was du von mir verlangst, ich mag irgendeinmal nichts mehr. Ja. Auch das mit dem Regenschirm, wo du in der Luft rumschwebst, das ist lustig, aber auch das habe ich schon mal gesehen. Ja. Aber ich würde glaube ich sagen, ich spiele es für den Vibe, und wenn man genug geschehen für sich kommt, dann geht's. Es sind immer kurze Spiele, so ein guter Snack. Genau. Little Nightmares 3 hat sich einen coolen Eindruck gemacht. Ja, hey, jetzt ist es ja schon spät wieder bei uns. Aber genau, es ist eine gute Ausbeutung von der Gamescom. Was würdest du, wenn du jetzt ein Game wählen würdest, das du morgen spielen kannst, welches wäre es von denen, die du angespielt hast? Starfield ausgeschlossen, weil das bist du schon am Spielen. Hey, ich glaube im Fall, gut, die Frage ist, ob es gut ist für meine Nerven, aber vermute ich, dass das, wie hat es geheißen? Wukong? Ah ja, ok. Black Myth Wukong. Black Myth Wukong. Black Myth Wukong. Ich glaube, ich glaube das. Ich meine, ich habe ja noch Stalker und so gesehen, aber jetzt hat mich auch der Präsentation nicht ganz bezeugt. Also, es war cool, aber einfach, das Wukong ist äh, ist klasse. Was wäre es bei dir? Ich würde Like a Dragon ohne zu überlegen. Sofort geben wir das jetzt, ich möchte drinnen versinken. Ja, das stimmt. Äh, Wukong, Black Myth Wukong. Ja, nein, ich hätte noch etwas anderes, aber das ist ja unter Embargo. Genau, das wäre es im Fall. Das wäre chilliger. Das wäre chilliger. Ich habe noch zwei, die im Embargo sind. Über die rede ich dann, äh, oder schreibe ich dann in den nächsten Wochen oder so. Und, ja genau, ich würde sagen, dann machen wir auch fertig mit diesem Podcast. Wirklich, wenn ihr Inputs habt, eben über, äh, sexyzuberfurries oder nicht, könnt ihr uns schreiben podcast.digitech.ch oder in unserem Discord-Kanal, verlinkt in unseren Shownotes. Und sonst sage ich euch, äh, danke vielmals fürs Zuhören, Zuhören. Und, bis in einer Woche, dann wieder, äh, in die Rauter Gemeinschaft vermutlich und wieder mit all den anderen Themen. Und sonst, äh, Domi, danke fürs Mitmachen und schönen Abend und, äh, tschüss miteinander. Tschüss. 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 Toll bis zum nächsten Mal.